So, was ich noch zeigen wollte, ist mein Account bei Instagram, auch deadspacefairn8, so habe ich mich da genannt, ja, so sieht es in der Tat aus und es wäre cool, wenn ich irgendwie einen Anhänger bekomme oder irgendwie so, könnt mit mir da reden und so und ja, ich habe schon ein paar Bilder hochgeladen, so deadspace im Teil, so, ich lade da ein paar Bilder immer hoch, jetzt für deadspace, ich habe einige, 50 Stück oder so, werde ich dann hochladen, sind interessante Bilder dabei, die man sich unbedingt mal angucken sollte und Instagram heißt die App, da, war jetzt ein bisschen unscharf, weil es jetzt so fokussiert ist und ja, guckt einfach mal hin und wir sehen uns gleich wieder zu let's play deadspace am iPod Touch. So, ähm, ja, es geht weiter, erstmal zum Shop, so, wir haben Credits, aber können uns nichts leisten, wie immer, so, es ist ziemlich, ziemlich laut hier, ich mach mal leiser, so, hallo, ach, gut, das war ein Energieknoten, N, N, irgendwie so, so, da hinten ist irgendwas, nicht der, nö, so, dann gehen wir mal weiter, so, ja, ich hab in den letzten Parts von mir etwas, so, paar Dinge gehört, die irgendwie ein bisschen blöd sind, so, erzählen, weil ich nicht weiß, was ich erzählen soll, so, und das war irgendwie, äh, logisch, ne, so, gleich sind sie alle tot, so, ja, so mit den, ähm, was wollen die von mir, hab ich schon was umsonst und so, ja, ich hab den Freitod für sie, so, so kann man sagen, so kommt hier noch einer, ah, so, kommt noch einer, macht hin, zu dunkel, alles lackert, ja, muss ich da hingehen, oder was, ich hör irgendwo ein, da hinten, und der ist tot, ja, guckt den halt einmal, mal auf Instagram, ganz interessant, was da so, was man da so machen kann, und es ist sehr laut hier, und jetzt bin ich auch tot, nein, ich bin nicht tot, ich glaube, ich bin noch nicht einmal gestorben hier, wa, na gut, ich bin ja auch auf normal, so, war's ist das jetzt hier eigentlich, ah, da hinten kommt noch einer, ah, endlich, nein, kann ich alles nicht aufheben in dem Müll hier, so, Credits, so, hier waren wir gerade, oder, ich glaube, wir können uns einen Energieknoten kaufen, aber ich lasse das mal, bevor die Zeit nachher wieder nehmen, um, 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 ansiyor,たい, als riesige, okay, ist das hier passiert, es ist hier passiert, am Ende, am Ende, wie Poshka, am Ende. hier ein Gesicht von Marka oder von Monster oder von Boss oder... Keine Ahnung. Wo laufen wir eigentlich lang? Was ist denn das hier? Straßennetz? Kein Straßennetz. Geht's hier lang? Ah. Hier geht's lang. Oder auch nicht. Doch. Nein. Äh, hier waren wir gerade. Oh mein Gott. Ist ja verwöhnt hier. Ja, das könnte jetzt eine Stunde dauern hier, bis ich irgendwie meinen Weg finde. Ich glaube, ich gehe doch mal lieber hier lang. Da waren ja irgendwie drei Wege. Irgendwie so. So. Hier sind wir nicht langgegangen. Oh Gott, oh Gott. Wie jetzt? Och Mann. Ah, hier. Ah, okay, okay. Also immer der Blutspur folgen. Ah, okay, ich verstehe. Ich hätte der Blu... Was ist das? Nicht aus wie Fleisch. Ich hätte immer der Blutspur weiter folgen sollen. Ja, wir sind hier in... Irgendwas, was... Irgendwas mit Wachstum. Dingsbums. Obst du, hier kommt nicht um die Ecke. Und hier ist es natürlich dunkel, weil wenn irgendwo was wachsen will, muss Orkuhnenenergie... Oh, nein. Oh. Wenn irgendwo was wachsen tun soll, abgesehen von Pflanzen, dann, ähm... Ja, alle Strahlmunitionen hier. Wer will denn das haben? Kann man das hier nehmen? Nö. Ja, irgendwie Fleisch oder weiß ich was. Das ist ja sonst immer dunkel. Also, ähm... Was ist das? Ich bewegen. Nein! So, hinten ist irgendwas versteckt. Und das ist nichts versteckt. Ja. Ah, hier sind noch zwei. Okay. Och, Mann. No. Können wir keine Halluzinationen hier? Alles hier Strahlmunitionen. Und wer will denn das haben? Das ist doch beschiss. Schön und sonst ausgegeben. Den guten Energiefsnoten. Gott. Ja, hier ist irgendwie, ähm... Oh Gott, jetzt hab ich mir erspocken. Äh... Also, so ganz leicht, ja. Wo ist denn hier was? Ich sehe nichts. Hallo? Hallo? Ja. Äh... Hallo? Ach da. Rennen. Jetzt bleibt er stecken. Einfach. Einfach weiter rennen. So, wo ist er? So. So, ja. Das war wieder logisch, dass da die Viecher irgendwie, äh... Ja. Geh, sterben. Lauf einfach weiter. Das ist irgendwie blöd. So, wo sind sie da? Ja. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir hier lang, oder? Ja, scheint so. So, hier steht, äh... Steht wieder was. Markerschrift und, äh, Blut und, äh... Äh, hier steht irgendwie... Nilswell... Trouble, Riptum, Riffle, irgendwie so, keine Ahnung. Frag mich nicht. Man, you really like these locked doors, don't you? Hold on. Alli, Gumpel. All right, that should do it. Was, was, was? Ach so. Er hat mir die Tür geöffnet. Ne, Takia. So, eine... Batterie, die wir vielleicht noch brauchen. Ah, ich glaub, die guten sind die Lern. Die brauchen wir. So. Ey. So ein Mensch ist. So, äh, hallo? So, Energieknoten. Hätten wir beinahe verpasst, oh. Ja. Und der läuft und läuft ganz... Oh, ey. Ach, durch. Ach. Jetzt kommen sie. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Au. So, Stase. So. So. Ist irgendwas. Na, außer Stinkis. Was sind das? Leichensäcke? Sieht gruselig aus. So. Ja, das hört sich irgendwie nicht nett an. Oh, was ist denn das da hinten? Eine Halluzination. Ich glaub, ich mach hier mal Schluss, oder? Es sind schon wieder 10 Minuten. Nicht, dass ich hier, Dings, äh, ja. Speicher dann leer ist, so. Hallo. Just concentrate on the mission. So. Blödes Vieh. Dings, Bums. So, äh. Ja, das ist hier. Dann gibt's nirgendwo was in den Gang, so viele Gänge von diesen Gängen und Gängen und, äh. Müssen wir eigentlich lang? Hast du den Weg jetzt verpasst oder so? Ja. Typisch, sorry. Verpasst wieder alle Stellen des Lebens. So, äh. Ja, es ist etwas dunkel hier, also es tut mir wirklich leid, dass man hier nichts sehen kann, aber, naja, ich kann mich auch hier was denn jetzt so. Ja, ist hier selber nichts. Da kommt ins. So, ist am Arsch. Ja, das ist jetzt mein Lebensspruch, am Arsch. Nicht wundern. Ähm, hallo? Kommt hier noch was? Hallo? Ja, toll. Schön daneben. Ich schieß auch immer daneben. So, da kommt einer. Jetzt schieß doch mal. Schieß. Wee. Ich glaub von hinten. Komm, einer, zwei, zwei. Stirb. Das ist noch einer. Und ich glaub von hinten schießt uns gleich einer ab. Oh, Gott, ey. So, wie es Zeug hier rumliegt. Da ist noch einer. Und von hinten einer. No. Jetzt ist mir irgendwann mal hier Schluss. Da kommt einer. Ja, ist ja gut. Jetzt schieß doch mal. Ach, von hinten kommen auch noch welche. Das ist ja... Super toll. Oh, Credits. Ja, meins, 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 meins. Credits, Credits. So, wo ist es denn? Ach, da kommt's. Und zu Sp... Und nochmal. Genau. Oh, wie viel Leben haben wir noch? Wenig. Mann, was wollen die denn alle? Ey, ich schieß doch. Ist doch... Hab ich das geschafft? Ah, endlich. 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 So, Credits. Mal... Alles aufheben. Was man... Nehmen kann. So. Schnell weg hier. Schnell. Renn. Renn. Rein. So, wo sind wir jetzt? Nächstes Kapitel. Glaube ich. Hoffe ich. Äh. Ja, und Kapitel 9. Okay, ich sag da mal... Äh. So, ich sag da mal, äh, tschü tschü und, ähm, ähm, oder tschau tschau oder irgendwie so, oder... Ja. Einfach tschüss und, äh, schönen Tag und, ähm, 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 ja. Ja. So, tschüss. Bis zum nächsten Part. Part, 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 das wird's Part, Part 9, Part 8. Ich weiß nicht mehr. Schon vergessen. Ich blödi. Okay, ich sag da mal tschüss und guckt mal bei Instagram rein, das würde mich freuen und, ähm, kommentieren oder abonnieren würde ich mich auch sehr, 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 sehr sehr freuen, wenn mal hier irgendwann mal jemand irgendwas schreiben würde und, ähm, 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 ja. Ja, ich sag da mal, noch mal, noch mal, noch mal, tschüss und, ähm, ja, Instagram bitte nicht vergessen, ja. Okay, und tschüss.